Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction und zwar AngelPain Antwort Falls ihr es mitbekommen habt, ich habe ja die Hörprobe von dem Song nach Absprachen natürlich reuploadet bei mir auf YouTube und auf TikTok habe ich das Ganze auch nochmal hochgeladen und ja, ich hoffe dadurch kommt das jetzt so ein bisschen mehr rüber, der Song ähm, ja, Leute, ich gebe mir den fullen Track jetzt der kam vor 7 Stunden und 23 Minuten raus und ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange und wir starten direkt rein mit Antwort Ich bin... Ich brauche eine Axt von mir hin Ich brauche eine Axt von mir hin Und ich habe einfach gerade dich das erste Mal kennengelernt und ich frage nach deinen Namen Doch du wohnst halt so weit von mir weg Ich weiß nicht, was ich mache, Mann, ich werd hier noch verrückt Vielleicht sollte ich das nicht tun, doch ich denke grad an dich Vielleicht denk ich viel zu viel Vielleicht darf ich aber Glück Vielleicht wird es auch gern nichts Vielleicht ist auch Lauf in sich Warte auf eine Antwort von dir Ich glaub, du hast mich verfühlt Was warst du nun mit mir? Ich exkludiere Ich warte auf eine Antwort von dir Ich brauch deine Axt von mir Ey, absolut geiles Ding, ne? Das hatte ich, glaube ich, auch geschrieben in dem Reel Äh, das habe ich, glaube ich, in den Kommentar auch reingeschrieben Geiler Vibe Der Beat war wieder absolut geil Das Mix & Mastering ist einfach komplett auf einem anderen Level geil Gut, dazu muss man ja auch sagen, man weiß ja, wer es gemacht hat Grüß ihn raus an YouTube Kann man ja mal so erzählen Grüß ihn raus Ähm Ja, absolut geil Mix & Mastering einfach nur geil Äh, nix zu laut, nix zu leise Sehr geil Sehr, sehr geil Ich gehe jetzt Schick für deinen Stand Wacke Ich bin in der Nacht noch unterwegs Fühle mich so fern Amin Ich will doch nur kurz an dir ankommen Vielleicht Vermisse ich ja dich Hab's doch nicht gesagt Deshalb sag ich's hiermit Besser Mach ich mich denn nur so sick In meinem Kopf so viel Dass es mich schon fast zerbricht Und das ist so schön Wenn du mir schreibst Wie ich dich finde Na, girl, ich find dich ultra nice Ja, wir chillen Nur so ganz allein Meine letzte Kippe Oder fühle ich doch noch drei Schick mir deinen Standorten auf Ich will so schnell zu dir Ey, du bist nur eine Frau Warum kranke ich so viel? Ich warte auf ne Antwort von dir Ich brauch eine Antwort von dir jetzt Ich warte auf ne Antwort von dir Ich brauch eine Antwort von dir jetzt Schick mir deinen Standorten Ich bin in der Nacht noch unterwegs Fühle mich so fern Amin Ich will doch nur kurz an dir ankommen Ich warte auf ne Antwort von dir Ich brauch eine Antwort von dir jetzt Ich warte auf ne Antwort von dir Ich brauch eine Antwort von dir jetzt Sehr geil Sehr, sehr geil Ähm Ja Absolut geiler Song Also man kann generell schlecht zu irgendeinem Song Bei ihm sagen Dass der kack ist Wobei zwei Songs Ja, muss ich ganz kurz dazu sagen Es gibt von ihm zwei Songs Die ich immer noch nicht gehört habe Es gibt tatsächlich zwei Songs Die ich immer noch nicht gehört habe Ähm Ja Trotzdem geiler Vibe Absolut Absolut geil Ich bin mir jetzt nur grad Selber nicht sicher In welche Richtung das geht Es Kommt Aber nicht Ran Also nicht In diese Richtung In der Der Die der Track Ging Auf den ich gestern reagiert habe Äh Gestern hab ich nämlich auf Lian Alles was du sagst Reagiert Und das war ja so ein Pop-Punk-Ding Das hier geht eher normal in Richtung Ja Normal Richtung Rap So ein bisschen In die Richtung Pop Mehr Aber das klingt geil Mit seiner Stimme zusammen Ist ja schon geil Alter Was soll man da sagen Aber ne Ihr habt das nicht von mir Dass ich zwei Songs nicht gehört habe Das habt ihr nicht von mir Ähm Ne Trotzdem Geiles Ding Ähm Auch am Anfang Muss ich ganz kurz sagen Moment Das finde ich halt geil Ne So ein Einstieg Finde ich halt geil Dass die Stimme noch so ein bisschen Ne Vom Background So rein kommt Und da mit dem Drop Arm Das ist Das ist geil Sowas gefällt mir Ähm Ja Das ist alles was ich noch sagen würde Eigentlich Glaube ich Ja 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 Leute Ich bin mal gespannt was da In nächster Zeit noch so kommt Bei dem Guten Bei dem Lieben Bei dem Süßen Ne Schauen wir mal was da noch so kommt Ähm Ja Und am besten Wenn ihr nichts von ihm verpassen wollt Schaut in die Videobeschreibung Denn da ist wirklich Alles Alles Ist da verlinkt Genauso Wie die neue Neue Spotify Playlist Und zwar Inner Beast Mode Die ist jetzt neu Gibt es seit Gestern Ja Gibt es seit gestern Und wurde gestern sogar schon Um ein Song erweitert Bis jetzt Sind aktuell 50 Songs Gerade aktuell in der Playlist Wie gesagt Hier oben Warte mal Ich mach das vor allem mal anders Äh Ich hau mir mal die ganzen Playlisten da oben In die Liste rein Das hier oben Sind jetzt alles Die Playlisten Die Ich sag jetzt mal Ja Wobei das sind eigentlich alles Meine Playlisten Die hier ist halt einfach Nur Just the Fun Und die Äh Ihr wisst Äh Die ist viel Support mäßig Ne Ihr wisst So Leute Genug gelabert Genug Trash Talk Gemacht hier Ähm Ja Macht euch einen entspannten Haben wir überhaupt Freitag Naja Scheiß doch Wirklich Leute Macht euch einen entspannten Freitag Kommt gut ins Wochenende Kommt gut In die nächste Woche Oder würde ich sagen Sehen wir uns entweder Beim Nächsten Gaming Video Oder bei der nächsten Reaction Kann man nicht sagen Hau da rein Bis zum nächsten Mal Schön mit Öl Da war ich eigentlich Scheiß doch wirklich Leute man sieht sich Bis denn Tschüssi ARS SUDE Sids T T T T Bis zum nächsten Mal.